Hey, du! Sie schauen YouTube? Sie haben ihre Hände vergessen, möchten aber trotzdem auf YouTube-Videos schauen? Ja! Sind Sie sicher? Ja! Und Sie sind sich wirklich ganz sicher? JA 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 JA! Und sind Sie auch wirklich zu 100% sicher? Die Stiftung Warentest empfiehlt! Ungeklickt! Ist ja nichts neues! Ihr Daumenersatz auf YouTube! Sie sind es leid, ständig selber zu klicken! Sie möchten nicht mehr selber entscheiden, welche Videos Sie schauen! Sie möchten Ihr Geld wegdonaten! Sabine! Vertrauen Sie sich unserem vertrauensvollen Ungarn! Er wird Sie führen, einweisen, einigen, studieren, kontrollieren und bearschen! Könnte dieses Gesicht Sie jemals anlügen? Doch, das könnte doch sein, ja, das könnte doch sein! Aber das ist verrückt, oder? Eigentlich, der Gedanke ist schon verrückt, oder? Doch, aber es ist tatsächlich wahr! Unge ist der Sympathischste! Das wusste ich gar nicht! Innovativste! Ich flieg ein bisschen hier in der Agario rum! Intelligenteste! Mir ist gar nicht aufgefallen, wie oft man auf Tüten schaut! Und Sachlichste! Junge, du bist einfach nur ein Arschloch! Zur Zeit... Also zur Zeit ist er der Sachlichste! Wir haben bis jetzt noch kein Messer im Nuss! Genießen! Und empfangen Sie ungeklickt von überall! Zum Beispiel aus... Deutschland! Schweden! Im Mittleren Osten! Norwegen! Tunesien und so! Afrika! Ägypten! Sogar in Russland! China! Und viele asiatische Länder! Und Malaysia auch! Und in Amerika! Und in Südamerika fast zum größten Teil! Und in Australien! Was ist das für ein Land? Indien! Island! Anal! Sie können sich mit all dem identifizieren! Dann stellt sich für sie nur noch eine Frage! Wie soll denn Alexander Straub jetzt noch die Karte bekommen? Ungeklickt! Das Erlebnis für die ganze Familie! Das Erlebnis für die ganze Familie! Das Erlebnis für die ganze Familie!